Scheitert daran die Elektromobilität? Zurzeit gibt es viel zu wenig Ladesäulen in Deutschland und aus einem ziemlich bescheuerten Grund sind es quasi noch weniger. Gebraucht werden mindestens eine Million und davon sind wir noch weit entfernt. Wie soll das also gehen? Klicks um Nature, hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts, los geht's! Herzlich willkommen! Also da steigt VW jetzt voll in die Produktion von Elektroautos ein. Aber es gibt ein klitzekleines Problem, es gibt viel zu wenig Ladesäulen. Genau sind es 18.000 und 1 Million werden gebraucht und es ist mit den existierenden Säulen wirklich eine Krux. Sie sind nicht genormt. Je nach Stadt darf nur ein paar Stunden dort gestanden und geladen werden. Es gibt verschiedene Bezahlsysteme, teilweise sind die Preise wucher und so weiter und so fort. Wirklich blöde! Die Bundesregierung arbeitet jetzt an einem Masterplan Elektromobilität, nachdem das mit den 1 Million Elektroautos 2020 krachend gescheitert ist. Bis heute sind es gerade mal 80.000 Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen, von denen rund 50.000 dieses Jahr zugelassen wurde. Also eine kräftige Steigerung, aber noch Äonen vom ursprünglichen Ziel entfernt. Und wie sollte das auch gehen mit so wenigen Ladesäulen? Das scheint die Bundesregierung von wiederum ehrgeizigen Zielen nicht abzuhalten. Warum nicht jetzt direkt mal 10 Millionen Elektroautos fordern bis 2030? Nur, wie soll das mit dieser, ich sage mal, etwas antriebslosen Politik gehen? Antriebslos? Naja. Papier ist geduldig und für die 10 Millionen Elektroautos müsste dann rund 1 Million Ladesäulen aufgestellt werden. Also minus der 18.000 immerhin noch 982.000. Und es gibt noch eine weitere Hürde, die neuen Ladesäulen müssten schnellladefähig sein. Ansonsten verrotten die Elektroautos mit den inzwischen immer höheren Batteriekapazitäten schon beim Laden. So lange müssen sie stehen. Aber Schnellladesäulen kosten mehrere 10.000 Euro. Sprich, eine Million Schnellladesäulen kosten mindestens so 20 bis 40 Milliarden Euro. Über den Daumen. Upsi. Mir scheint, da hat noch keiner mal den Taschenrechner zur Hilfe genommen. Alles in allem hört sich das unerreichbar an, wenn nicht ein Wunder geschieht. Es muss also dringend etwas geschehen und es muss noch etwas weiteres geschehen. Mit meinem kleinen Elektrosmart stoße ich immer wieder oder besser fast immer auf das Problem, dass konventionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren an den Ladesäulen stehen. Das ist wirklich schon ziemlich bescheuert und da muss dringend eine Lösung gefunden werden. Ansonsten haben wir ein paar ziemlich große Probleme mit der Elektromobilität. Und VW steht nach dem Dieselskandal vor dem nächsten Skandal, die Elektroautos können einfach nicht geladen werden. Das wäre wirklich fatal. Akkus voll in 10 Minuten, Durchbruch für Elektroautos, anklicken, anschauen und klick zum Nature unbedingt abonnieren, ist kostenlos und in diesen Zeiten wirklich wichtig. Also bis dann, bleibt dran! 바라 will man sein.